Katie, Christy, ich möchte, dass ihr euch konzentriert. Konzentriert euch. Sie ist in einer Art Trance oder sowas. Wo hast du das her? Aus einer Kiste mit VHS-Kassetten. Haben die alten Hausbesitzer im Keller vergessen. Also 20 Jahre alte Aufnahmen. Sag mir, was du siehst. Ich glaube, ich sehe zwei Männer. Wie heißt ihr denn? Ryan? Mike? Wir sind die Flietsch-Brüder. Brüder, Brüder, Daddy. Ich kann nicht schlafen. Erzähl mal. Du machst so viel Lärm. Ich mache so viel Lärm? Daddy geht nach oben und sieht nach. Gesundheit.